Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. In Zeiten wie diesen ist eine der entscheidendsten Fragen, wie lassen sich Veranstaltungen digitalisieren? Wir kommen aus der Zeit, in der Präsenzmessen ein kompaktes, klares und sicheres Konzept darstellten, bewegen uns jetzt aber dynamisch in Richtung Hybridisierung der Messen. Deswegen möchten wir uns heute über hybride Messeformate unterhalten, die zahlreiche neue Chancen über die von Messen vor Ort hinaus bieten. Im Interview mit mir dazu ist Dr. Christoph Menke-Salz, Director der DMEXCO, der weltweit führenden Messe und Konferenz für die digitale Wirtschaft. Und ich freue mich, dass er bei mir ist. Guten Tag, herzlich willkommen, lieber Christoph. Hallo. Christoph, die Gamescom als digitaler Vorreiter der Messeformate und auch die DMEXCO at Home liegen als Konzepte beide hinter uns. Wie ist denn dein erster Eindruck von der Online-Umsetzung der neuen Konzepte seitens der Köln-Messe? Ja, ich bin sehr begeistert. Wir sind sehr, sehr angetan in den Teams, weil es gab eigentlich zwei Entwicklungen, die für uns sehr spannend waren. Zum einen haben wir gesehen, dass sich unsere Partner und unsere Besucher viel, viel intensiver auf diesen Plattformen tummeln, als wir es so erwartet hätten. Und der zweite Punkt ist einfach, dass wir als Teams und in der Produktentwicklung noch viel mehr gelernt haben, was funktioniert, wo man noch mehr erklären muss, als wir das vorher so erwartet hätten. Und das sind so zwei Punkte, die wir mitgenommen haben, die uns auch sehr zuversichtlich stimmen, dass wir in nächster Zeit mit den Formaten ebenso hohen Erfolg haben werden. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, Plattform. Es wurde eine neue Online-Plattform schon weit vor der Corona-Zeit entwickelt, um vielleicht auch Networking neu zu denken. Das war das Ziel. Und Menschen, die die Plattform nutzen, direkt miteinander zu vernetzen. Wie genau funktioniert das denn? Ja, also wir haben tatsächlich weit vor Corona schon mit der DMEXCO-App angefangen. 2019, dass wir gesagt haben, es braucht das jährliche Branchen-Highlight in Form der Veranstaltung on-site. Aber wir wollen es auch vorantreiben, dass die Leute sich unterjährig sehr intensiv, sehr effizient vernetzen können. Und dafür war die DMEXCO-App ein sehr, sehr guter Schritt in die richtige Richtung. Und 2020 hatten wir Corona-unabhängig sowieso überlegt, dass wir da noch einen draufsetzen wollen, den nächsten Schritt gehen möchten mit einer Desktop-Plattform, die noch viel, viel mehr kann als nur Networking. Und das ist uns mit der DMEXCO at Home dann eben auch gelungen, weil es über das Networking hinaus auch viele, viele Inhalte zu sehen gab, viele, viele Features, wo man eben wirklich in die Branche, in die Trends eintauchen konnte. Und deshalb war das mit oder ohne Corona einfach der Schritt, den wir an der Stelle gebraucht haben. Lass uns vielleicht wirklich mal einen Blick werfen auf diese neu geschaffene Plattform. Die ist ja sehr dezidiert, sehr ausgeklügelt, bietet viele verschiedene Vorteile. Lass uns mal genau diese Vorteile benennen. Was kann die Plattform konkret? Ja, wir haben uns vorher da sehr intensiv Gedanken drum gemacht. Es ist so, im Prinzip sind es vier Schlüsselfunktionen, die wir erfüllen wollen. Das ist das Thema Brand Awareness, das ist das Thema Thought Leadership, das Thema Lead Generation und das Thema Networking. All diese vier Themen, also wie präsentiere ich meine Marke, wie treffe ich neue Kunden, wie unterhalte ich mich mit bestehenden Kunden und letztlich auch das Thema, dass ich irgendwo Inspiration rausgeben möchte und Innovationsführerschaft verkörpern möchte, all das kann ich mit der Plattform machen. Ich kann neue Leads generieren, indem meine Recommendation Engine, also eine Empfehlung, eine intelligente Empfehlung, mir neue, interessante Kunden anzeigt. Ich kann meine Ideen verbreiten über die Conference Sessions, die digital ausgestrahlt werden. Ich kann Networking betreiben über Audio-Video-Calls, sehr intensiv oder vielleicht reicht mir auch der Chat. Und so erfüllen wir all diese Funktionen, die auch eine normale Messe erfüllt, erfüllen wir eben so auf digitalem Wege. Würdest du denn sagen, dass sich dann alles digital abbilden lässt? Nein, da widerspreche ich unbedingt. Also es ist ganz sicher so und das haben wir auch gemerkt, auch in den Feedbacks unserer Besucher und Aussteller, die persönliche Begegnung lässt sich nicht ersetzen. Warum? Weil insbesondere, wenn ich einen Neukunden treffe, da muss Vertrauen aufgebaut werden, um eine nachhaltige Geschäftsbeziehung entstehen zu lassen. Und es ist auch so, dass ich das Erlebnis vor Ort wesentlich intensiver erlebe, wenn ich dort bin und es eben dann auch wiederum nachhaltiger ist. Zudem ist das Thema Zufall auch ein ganz wichtiges auf einer Messe. Wen treffe ich zufällig? Vielleicht am Kaffeestand oder tatsächlich auf dem Weg zum nächsten Aussteller? Und das versuchen wir sehr gut mit der Digitalplattform abzubilden, aber es lässt sich in Gänze eben nicht transportieren. Ich würde gerne einen sogenannten Deep Dive bezüglich der Tools wagen. Welche Funktionsbausteine können wie und wofür ganz konkret genutzt werden? Ja, vielleicht ist dann eine Reise über die Plattform, eine gedankliche Reise gar nicht so schlecht. Also wenn ich als Besucher auf die Plattform komme, dann sehe ich erstmal, wird mir angezeigt, wer spricht gerade auf welcher digitalen Stage. Vielleicht gehe ich da rein, vielleicht auch nicht, aber wenn ich reingehe, kann ich direkt mit dem Protagonisten, der eben spricht oder eben mit der Community, die sich das anhört, über den Chat interagieren, kann nachher, nach dem Talk, vielleicht auch noch einsteigen in 1 zu 1 Gespräche, was natürlich eine sehr, sehr hohe Interaktion fördert. Dann kann ich mir beispielsweise den Aussteller, der dort gerade gesprochen hat, nochmal auf seinem Profil ansehen, kann mir anschauen, welche Produkte bietet er, multimedial, mit Videos etc. und ich kann mir dort den richtigen Ansprechpartner aussuchen, wer ist der Richtige für mein Bedürfnis gegenüber diesem Aussteller. So, dann wird mir natürlich immer noch nicht langweilig, denn wenn ich dann so die ersten Schritte gemacht habe, kann ich auch mal einen Blick auf den sogenannten Networking Graph richten. Was ist das? Auf Basis der Besuchsinteressen, die ich als Besucher vorher angegeben habe, werden mir eben interessante neue Kontakte angezeigt. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich interessiere mich für Möbelbeschläge, dann werden mir wiederum Leute angezeigt, die entweder diese Beschläge anbieten oder eben auch Beschläge nutzen und ich kann mir da jemanden raussuchen, der sich mit mir darüber austauscht. Jetzt hast du ja relativ viel davon gesprochen, wie es ist, wenn ein Messebesucher als digitaler Messebesucher die Online-Plattform besucht. Bezogen auf die Aussteller, denn ohne Aussteller keine Messe, egal ob on-site oder digital. Wie begegnet ihr, wie begegnet die Köln-Messe den Ausstellern hinsichtlich Themen wie weltweiter Kundentreff, Neuheitenvorstellungen und vor allen Dingen auch Socializing, aber unter Corona-Bedingungen? Das genau ist natürlich ein wichtiger Punkt, weil wir wollen nicht nur eine Alternative bieten unter Corona-Bedingungen, sondern wir wollen die Reichweiten sogar über das hinaus, was eine Messe normalerweise abbilden kann, erweitern. Wir wissen heute nicht, welche Restriktionen vielleicht im Frühjahr oder im Sommer herrschen werden und trotzdem können wir jetzt schon sagen, jeder, der sich innerhalb einer Branche über Trends und Produkte informieren möchte, sich mit Leuten austauschen möchte, der wird diese Trends und Produkte sehen können, er wird sich austauschen können. Ob er das dann in Köln tut, hier bei uns vor Ort oder auf der Plattform, bleibt ihm überlassen, aber wir haben zahlreiche Features an der Hand, wo man eben sehen kann, genau das, was ich sonst auf der Messe machen kann, mit einigen wenigen Abstrichen, kann ich aber auch zumindest virtuell machen und muss so auf sehr, sehr wenig trotz des New Normal verzichten. Das heißt, die Aussteller können wirklich ganz konkret ihre Produkte und auch ihre Lösungen auf dieser Plattform präsentieren? Ganz genau, ganz genau. Das können Sie in Ihrem Ausstellershowroom tun. Sie können dort multimedial auch Videoclips zeigen, Produktbeschreibungen hochladen. Wir empfehlen aber auch trotzdem, dass man sich durchaus in der Conference engagiert, weil das immer ein sehr, sehr spannender Einfallsweg ist, ein sehr, sehr präsenter Einfallsweg ist, wo eben Aussteller sozusagen den ersten Schritt machen und auch sehr stark gesehen werden. Und darauf hinauf beschäftigen sich die Partner und die Besucher dann sehr, sehr intensiv mit diesen Ausstellern und auch mit den Produkten, die dort präsentiert werden. Jetzt haben wir relativ viel über die technischen Features gesprochen. Was ist denn ein weiterer zentraler Mehrwert, den die Online-Plattform der Köln-Messe, die ja unterschiedlich genutzt werden kann, wirklich bietet, verglichen mit ausstellereigenen Plattformen? Also eines, was wir auch als ein wichtiges Learning mitgenommen haben, als Aussteller weise ich nach einer Messe eigentlich nur von den Leuten, mit denen ich direkt gesprochen habe, wer das ist, was sie für Interessen haben. Bei so einer digitalen Veranstaltung geht das weit darüber hinaus. Ich kann sozusagen im übertragenen Sinne genau sehen, wer hat sich meinen Stand angeschaut und war vielleicht noch nicht so weit, mich anzusprechen, aber vielleicht mache ich als Aussteller ja den ersten Schritt. Und das lässt sich virtuell super nachverfolgen. Genauso kann ich genau sehen, wie wird meine Conference Session aufgenommen, wie viele Leute waren dort drin, wer war dort drin und kann diese Leute eben im Nachgang ganz konsequent ansprechen im Vergleich zu einer Bühne on-site, wo ich eben nie so genau sagen kann, wer ist jetzt eben mal kurz vorbeigelaufen, wer hat sich dort hineingesetzt und sich wirklich beschäftigt, weil auch dort sind Nachfragen ja oft auch gar nicht so präsent und werden auch nicht vorgenommen. Digital kann ich einfach sehr genau sehen, wer war dabei, wer hat sich das angehört und im Nachgang vielleicht auch proaktiv auf den Besucher zugehen und Nachfragen von meiner Seite aus stellen. Was glaubst du denn, was funktioniert denn wirklich nur bei einem physischen Messeauftritt und was kann eventuell ein ergänzender digitaler Auftritt noch verbessern? Ja, es gibt viele Sachen, aber ganz bestimmt ist es so, dass wenn ich Inhalte live konsumiere, das kennt jeder auch aus dem privaten Umfeld, ist es einfach nochmal intensiver und ich nehme vielleicht auch mehr Erlebnis, mehr Wissen auch an der Stelle mit. Zweiter Punkt, der mir unbedingt aufgefallen ist, es gibt einfach Produkte, die kann man sich im Video anschauen, man kann sie auch per Virtual Reality vielleicht ansehen, aber vielleicht möchte ich auch mal eine Oberfläche in unterschiedlichen Lichtverhältnissen sehen. Ich möchte vielleicht auch merken, wie das Leder riecht von einem Produkt. Und das sind so Sachen, die lassen sich digital nicht transportieren. Trotzdem versuchen wir natürlich sehr, sehr weit die Schwelle hochzurücken, wo man eben Sachen digital zeigen kann, aber bei bestimmten haptischen Produkten sind da einfach ganz klar Grenzen gesetzt. Ja, absolut. Vor allen Dingen manchmal ist es ja auch wirklich so, dass der Unterhaltungsfaktor oder auch die Gefühle, die Emotionen eine Rolle spielen. Gibt es vielleicht noch andere Mehrwerte der Plattform für die Messebesucher, für den digitalen Messebesucher? Ja, für den Messebesucher ist sie erstmal ganz klar die Garantie, egal was passiert. Ich bin wann auch immer über die Trends, über die Produkte, über das Branchengeflüster meiner Branche absolut hundertprozentig informiert, sei es on-site oder sei es eben aus der Ferne vor dem Desktop zu Hause. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Vorteil. Und ich kann einfach auf der Digitalplattform extrem effizient kommunizieren. Ich weiß, dass ich dort nahezu ohne Streuverlust ausschließlich Branchenmitglieder treffe und mich nicht in den Weiten der Social Media Plattformen begebe, sondern eben wirklich dezidiert meine Branche treffe. Und wenn ich dort ein Anliegen habe, mich mit den Leuten auch direkt austauschen kann und übrigens nicht nur per Chat, sondern ich kann auch einfach per Videocall anrufen. Ganz wichtiger Bestandteil des sogenannten New Normal und wir bieten es halt alles in einem an. Welche Bedingungen sollten denn deiner Meinung oder auch seitens der Köln-Messe gegeben sein, dass ein digitales beziehungsweise hybrides Messeformat auch wirklich für alle gut funktioniert? Also ich glaube, es ist einfach wichtig auf der einen Seite, dass sich alle Beteiligten bewusst sind, dass sie sich da auf etwas Neues einlassen. Etwas Neues, was aus meiner Sicht momentan einfach auch alternativlos ist. Und man muss auch die Vorteile trotzdem beider Welten kennen. Ich hatte die persönlichen Themen schon alle angesprochen, dass das persönliche Erlebnis da heraussticht. Auf der anderen Seite hat auch ein Digitalformat sicherlich Vorteile, wie schon aufgeführt. Und man muss sich darauf einlassen und auch entsprechende Vorbereitungen treffen. Und dann kann es auch für beide Seiten ein Gewinn sein. Wichtig ist an der Stelle aber auch, dass beide Seiten sinnvoll verknüpft werden. Also dass keine Gruppe nur digital oder nur auf der Fläche unterwegs ist, sondern dass zum Beispiel auch die Leute, die hier nach Köln kommen, den Nutzen daraus ziehen, nachher über die Digitalplattform zu gehen, sich die Vorträge nochmal anzuschauen und zu schauen, hm, dieses Jahr habe ich ja den Herrn So-und-So oder die Frau So-und-So noch nicht getroffen, aber sie ist sicherlich auf der Plattform, schreibe ich sie doch einfach mal an, wie war dein Messeerlebnis. Und so lässt sich das ganz sinnvoll verheiraten und so Mehrwerte für beide Welten erzielen. Jetzt stelle ich mir das so vor, wenn man vielleicht erstmal so ein bisschen Berührungsschwierigkeiten mit dieser ganzen Digitalisierung und Hybridisierung der Messen hat. Wie einfach ist die Plattform im Handling oder gibt es Möglichkeiten, dass die Köln-Messe beim Setup des digitalen Auftritts auch unterstützt? Ja, wir unterstützen unbedingt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Wir haben bei der Dimexco beispielsweise Onboarding-Calls durchgeführt und da wurden auch innerhalb dieser Calls sehr, sehr schnell Vorbehalte abgebaut. Also das ist so ein klassisches Beispiel von, man muss es mal gesehen haben, man muss es mal getestet haben und dann ist das alles schon sehr viel einfacher, als man zunächst denkt. Und ehrlicherweise war das auch unser Gefühl, als wir zuerst gesehen haben, wie viele Features bietet diese Plattform, wie komplex ist sie. Aber wenn man das Ganze aus Ausstellerperspektive betrachtet und den Aussteller auch mal durchführt, auch Erklärvideos für das Nachhinein anbietet, dann ist das alles in tatsächlich wenigen Mausklicks schon geschafft und schon ist man präsent auf einer der sehr, sehr wichtigen Leitmessen in der Welt. Wie einfach ist die Plattform denn im Handling? Ich stelle mir das gerade so vor ein kleineres Unternehmen, was vielleicht erstmal Berührungsängste hat und sagt, naja, Hybridisierung der Messen ist zwar relevant, aber irgendwie nicht so mein Ding. Gibt es Möglichkeiten, dass die Köln Messe solche Unternehmen beim digitalen Setup auf der Plattform unterstützt? Ja, vielleicht ist da auch so eine Customer Journey aus Sicht des Besuchers, der nur digital unterwegs ist, ganz anschaulich. Also wenn ich Besucher wäre, würde ich tatsächlich erstmal mein, in Anführungszeichen, Glück im Networking Graph versuchen, mir anschauen, wer ist dort, der dieselben Interessen wie ich hat, wer ist vielleicht auch von meinen Bestandspartnern schon dort und dort kann ich anfangen, mit Ihnen zu schreiben, vielleicht auch einen Audio-Video-Call zu starten und das kann ich entweder geplant machen über unsere Meeting-Funktion, also ich kann auch Meetings vereinbaren, schon im Vorfeld für diese Tage der Messe oder aber ich sage, ich mache das jetzt wirklich einfach nur kurzfristig und rufe eben an und schaue, ob der oder diejenige erreichbar sind und so starte ich eben dort mein Networking. Es gibt noch ein weiteres Feature darüber hinaus, es gibt die sogenannten Virtual Café Spaces, dort kann ich als Aussteller Leute einladen in einen wirklich abgeschlossenen Bereich mit einer bestimmten Maximalanzahl an Besuchern, das können Entscheider sein, das können einfach nur sehr innovative Besucherzielgruppen sein, wo ich sage, ich möchte jetzt diese, sagen wir mal 100, auf einmal sprechen und ich kann sozusagen auch regeln, wer kommt in diesen Raum rein und wer nicht. Auch das ist ein interessantes Feature für unsere Aussteller und so bieten sich da insgesamt verschiedene Möglichkeiten zu networken und Meinungen auszutauschen und dafür ist die Plattform eigentlich sehr gut geeignet. Würdest du also sagen, dass die Plattform interaktiver ist als diese ganz klassischen Webinare, die wir ja jetzt in den letzten Monaten wirklich zur Genüge auch hatten? Ja, unbedingt. Also wir merken schon auch, dass es eine bestimmte Form von Müdigkeit gibt gegenüber Videokonferenzen und Webinars, weil es häufig ja auch in Monologen ausartet, wenn man das so sagen darf. Alle unsere Conference Sessions haben die Option, dass eben parallel ein Chat läuft, ich kann mich dort austauschen, auch über den Redner, vielleicht sogar mit dem Redner, wenn er sich darauf einlässt und der Redner selber oder der Aussteller selber, der die Conference Session hat, kann interaktive Funktionen präsentieren. Er kann zum Beispiel vorher eine Umfrage starten, er kann auch ein Q&A zulassen und kann während seines Vortrages tatsächlich sagen, stimmt ihr mir an dieser oder jener Stelle zu? Was sind eure Bedürfnisse? Was braucht ihr mehr? Und die Zuhörer können tatsächlich abstimmen in Echtzeit, was sie dort eben interessiert oder wie auch immer sie dort ihre Meinung zum Ausdruck bringen möchten. Das heißt, ein interaktiver Dialog ist ein Stück weit garantiert. Das heißt, wenn ich gerade eine brennende Frage habe, kann ich die über eine Chatfunktion reinschießen und in der Hoffnung, dass dann eben der Vortragende sie liest und auch beantwortet, dann kann man wirklich in eine Art interaktiven Dialog treten? Genau, kann man und das bleibt natürlich dem Vortragenden überlassen. Er kann sofort auf diese Frage reagieren oder aber der Aussteller bzw. der Redner schaut sich die Fragen im Nachhinein nochmal an und kann sehr genau sagen, wer hat gefragt und liefert entsprechende Antworten. Vielleicht nochmal eine Frage zu wirtschaftlichen Aspekten, denn das sind natürlich auch relevante Faktoren. Wie können denn zum Beispiel zusätzliche Umsätze generiert werden, so perspektivisch gesehen? Also wir glauben schon, dass dadurch, dass die Reichweite der Plattform wächst, das wird sie sicherlich tun, dass alleine dadurch zusätzliche Umsätze entstehen. Da sind wir von überzeugt und das ist ja schon so ein sehr, sehr wichtiger Baustein, dass ich einfach auch das Potenzial, an das ich meine Produkte liefere, einfach vielleicht sogar um ein Vielfaches steigt. Und ich erreiche dadurch mehr Leute, als ich vorher auf der Onsite-Messe konnte und dadurch sind wir schon auch der Auffassung, dass das zu Umsatzwachstum führen kann an der Stelle. So, dass es auch lohnenswert ist für einen Aussteller, sich wirklich bei der Hybridisierung der Messen mitgestalterisch tätig zu sein. Das ist ja gerade so quasi in den Kinderschuhen und jetzt hat man die Möglichkeit, auch wirklich noch was zu gestalten und wirklich am Anfang mit dabei zu sein. Ganz genau, ganz genau. Und es ist einfach für den Aussteller aus meiner Sicht die Garantie, dass ich nicht nur den bisherigen Markt erreiche, sondern auch alle darüber hinaus, die ich bisher noch nicht erreicht habe. Und da, das ist wie gesagt ein wichtiger Vorteil der Digitalplattformen, kann ich sogar über das hinausgehen, was ich normalerweise auf der Onsite-Messe so erreiche. Das heißt, das Tandem aus beidem ist die Lösung dafür? Das sehe ich so. Also das Tandem aus beidem mit der Messe vor Ort als Nonplusultra, was ich aber digital hervorragend ergänzen kann, um eben auch unterjährig am Ball zu bleiben und unterjährig mit den Leuten zu netzwerken und zeitgleich auch eine Alternative anzubieten für die Menschen, die eben es in diesem Jahr nicht zu einer Messe schaffen und eben über diesen Weg netzwerken, Leads generieren wollen und Produkte sehen möchten. Jetzt hast du ja vorhin von Lead-Generierung gesprochen. Gibt es da eventuell irgendwie einen Best-Case aus der Vergangenheit, aus der jüngsten, den du unseren Zuschauerinnen und Zuschauern darstellen könntest? Ja, klar. Also ich nenne jetzt keine Namen, aber wir haben mit mehreren Ausstellern im Feedback-Gespräch nach der Veranstaltung einfach erfahren, dass sie wirklich überwältigt waren. Wie viele Leads sie allein über ihre Präsenz auf der D-Max Good Home eben generieren konnten. Und es waren tatsächlich zum Teil sogar mehr als die Leads, die sie auf der realen Messe sonst erfahren. Das ist dann unterschiedlich zu bewerten, weil nicht jeder digitale Lead ist auch ein Lead, der bei mir persönlich am Stand vor Ort vorbeigeschaut hat. Und trotzdem liegt dort eben ein sehr, sehr hohes Potenzial an vielen Unbekannten, die man auf der realen Messe hatte, die sich den Stand vielleicht angesehen haben, aber nie wirklich auf dem Radar waren. Und dieses Radar ist eben digital gegeben. Und ich kann eben sehr genau schauen, wer interessiert sich für meine Themen, wer interessiert sich für meine Marke, meine Produkte. Und ja, wie gesagt, da waren einige unserer Partner wirklich, wirklich sehr angetan, was uns dann wiederum auch sehr zufrieden stellt, dass dort die Erwartungen erheblich übertroffen wurden. Vielen Dank, dass du uns einen Einblick gewähren konntest in das Thema Hybride-Messen seitens der Köln-Messe. Ein Dankeschön an dich, Christoph. Dankeschön. Danke, dass ich hier sein durfte. Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das Fazit ist, lassen Sie uns gemeinsam neue Chancen nutzen und Messen digitaler denken. Wenn solche dargestellten hybriden Funktionen clever eingesetzt werden, können neue Synergien geschaffen werden. Dafür drücke ich Ihnen die Daumen. Bleiben Sie gesund.